Aus der Textbibel von 1906 Der zweite Brief des Apostel Petrus Simeon Petrus, Knecht und Apostel Jesus Christus an die, welche denselben kostbaren Glauben wie wir zugeteilt bekommen haben, durch Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilandes Jesus Christus. Gnade und Friede werde euch in Fülle durch die Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus Christus. Wie uns seine göttliche Kraft alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit gehört, geschenkt hat, mittels der Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, wodurch uns die größten kostbaren Verheißungen geschenkt sind, damit ihr dadurch an der göttlichen Natur Anteil habet, entronnen dem Luftverderben in der Welt. So bringet nun eben darum mit Aufwendung alles Fleißes in eurem Glauben da die Tugend, in der Tugend die Erkenntnis, in der Erkenntnis die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit die Geduld, in der Geduld die Frömmigkeit, in der Frömmigkeit die Freundschaft, in der Freundschaft die Liebe. Denn wo diese Dinge bei euch vorhanden sind und wachsen, lassen sie euch nicht müßig noch ohne Frucht sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Denn bei wem sie nicht sind, der ist blind in Kurzsichtigkeit und hat die Reinigung seiner früheren Sünden in Vergessenheit kommen lassen. Darum, Brüder, wendet viel mehr Fleiß an, eure Berufung und Erwählung beständig zu machen. Denn tut ihr dies, so werdet ihr nimmermehr fallen. Denn so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Darum will ich euch stets an diese Dinge erinnern, wenn ihr sie auch schon wisset und in der vorhandenen Wahrheit fest gegründet seid. Ich achte es aber für Pflicht, solange ich in dieser Hütte bin, euch durch Erinnerungen wachzuhalten, in dem Bewusstsein, dass es bald zur Ablegung meiner Hütte kommt, wie es mir auch unser Herr Jesus Christus kundgetan hat. Ich werde euch aber auch dafür sorgen, dass ihr jederzeit nach meinem Hingang imstande seid, daran zu denken. Denn nicht, weil wir wohl ausgesonnenen Fabeln folgten, haben wir euch die Macht und Gegenwart unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, sondern weil wir Augenzeugen seiner Majestät waren. Nämlich wie er von Gott, dem Vater, Ehre und Ruhm empfangen hat, da von der hocherhabenden Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn gelangte. Dies ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und diese Stimme haben wir vom Himmel kommen hören, da wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Und so ist uns das prophetische Wort fest, woran ihr gut tut, euch zu halten als an eine Leuchte, die da scheint an fünsterem Ort, bis der Tag durchbricht und lichtbringend aufgeht in euren Herzen. Darüber vor allem klar, dass keine Schriftweissagung eigene Lösung zulässt. Denn nie ist eine Weissagung durch menschlichen Willen geschehen, sondern getragen vom Heiligen Geist, haben von Gott aus Menschen geredet. Es traten aber auch falsche Propheten unter dem Volke auf, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die da werden Absonderungen zum Verderben einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen, sich selbst jes Verderben zuziehend. Und viele werden ihnen ihren Ausschweifungen nachlaufen, um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit gelästert werden, und sie werden an euch aus Habsucht mit trügerischen Worten Geschäfte machen. Ihr Gericht aber ruht von Eiters her nicht, und ihr Verderben schlummert nicht. Hat doch Gott der Engel nicht geschont, die gesündigt hatten, sondern sie in die Hölle gestoßen, in die Gruben der Finsternis, zur Bewahrung auf das Gericht? Und hat der alten Welt nicht geschont, sondern nur Noah, den Herold der Gerechtigkeit, selbst achtgeschützt, da er über die Welt der Gottlosen die Flut hereinführte? Auch die Städte Sodom und Gomorra hat er verurteilt, indem er sie in Asche legte. Ein Vorbild des Kommenden geben für die Gottlosen. Doch den Gerechten, vom Wandel der Zuchtlosen in Ausschweifung geplagten Lot hat er errettet. Denn mit Sehen und Hören schöpfte der Gerechte, da er unter ihnen wohnte, Tag für Tag für seine gerechte Seele Qual, durch friefelhafte Werke. Der Herr weiß frommer aus Versuchung zu erretten, ungerechter aber auf den Tag des Gerichts zur Strafe zu bewahren, vornehmlich die hinter dem Fleischeherr sind mit Begierde nach Befleckung und Hoheit verachten. Verwegen, frech, haben sie keine Scheu vor Herrlichkeiten. Lästernd, wo doch Engel, die an Kraft und Macht größer sind, kein lästerndes Urteil gegen sie beim Herrn anbringen. Diese aber wie unvernünftige von Natur zu fangen und verderben geborene Tiere, lästernd über das, wovon sie nichts wissen, werden in ihrem Verderben selbst verderben, zum Lohn empfangend ihre eigene Ungerechtigkeit. Die da die Schlemmerei des Tages für Genuß achten, Schmutz und Schandflecken, die bei ihren Liebesmalen schwelgend mit euch zusammentafeln, die Augen erfüllt von der Ehebrecherin und unersättlich in der Sünde, unbefestigte Seelen verlockend, das Herz ausgebildet in den Künsten der Habsucht, Kinder des Fluches. Den geraden Weg verlassen sind sie irregegangen, ausweichend auf den Weg des Balaam, des Sohnes des Bosor, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte, aber auch die Zurechtweisung seiner Gesetzesübertretung davon hatte. Ein stummes Lasttier, in menschlicher Sprache redend, wehrte der Sinnesverkehrtheit des Propheten. Wasserlose Quellen sind sie, Nebel vom Sturmwinde getrieben, die Nacht der Finsternis ist für sie bereitgehalten. Denn indem sie überschwängliche Reden nichtigen Inhalts ertönen lassen, verlocken sie durch Fleischeslüste mit Schwelgereien die, welche kaum der Gesellschaft des Irrwegs entflohen sind, ihnen Freiheit versprechend, die sie selbst Sklaven des Verderbens sind. Denn von wem einer besiegt ist, dem ist er auch als Sklave verfallen. Denn wenn die, welche die Befleckung der Welt durch die Erkenntnis des Herrn und Heilandes Jesus Christus meiden gelernt hatten, neuer Verstrickung darin erliegen, so ist bei ihnen das Letzte schlimmer geworden als das Erste. Denn es wäre besser für sie, sie hätten den Weg der Gerechtigkeit nicht kennengelernt, als dass sie ihn erkannt und sich dann von dem ihnen mitgeteilten heiligen Gebote wieder abgewendet haben. Es ist bei ihnen eingetroffen, was das wahre Sprichwort sagt. Der Hund, der sich zu seinem Auswurf wendet und die Sau, die sich zum Kotwälzen badet. Dies ist schon der zweite Brief, Geliebte, welchen ich euch schreibe, um euch durch Erinnerung den reinen Sinn nachzuhalten, dass ihr gedenket, der voraus von den heiligen Propheten gesprochenen Worte und des von euren Aposteln mitgeteilten Gebotes des Herrn und Heilandes darüber vor allem klar, dass am Ende der Tage mit Spott kommen werden die Spötter, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Seit der Zeit, dass die Väter schlafen gegangen sind, bleibt ja alles so vom Anfang der Welt her. Denn sie merken nicht bei dieser Behauptung, dass vormals die Himmel und die Erde bestanden aus Wasser und mittelst Wassers durch das Wort Gottes. Zufolge dessen die damalige Welt durch Wasserflut zugrunde ging, die jetzigen Himmel aber und die Erde durch das nebendliche Wort aufgespart sind fürs Feuer. Bewahrt auf den Tag des Gerichtes und Verderbens der gottlosen Menschen. Das eine aber möge euch nicht verborgen bleiben, Geliebte, das ein Tag bei dem Herrn wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Der Herr ist nicht langsam mit der Verheißung, wie es einige für Langsamkeit halten, sondern er ist langmütig für uns und will nicht, dass etliche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße gelangen. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, wo die Himmel mit Krachen verschwinden, die Elemente im Brand sich auflösen, ebenso die Erde und es wird sich zeigen, welche Werke auf ihr sind. Wenn nun dies alles sich auflöst, wie müssen sich in heiligem Wandel und Frömmigkeit halten, die da erwarten und ersehen die Ankunft des Tages Gottes, um deswegen die Himmel im Feuer vergehen und die Elemente im Brande schmelzen werden, wir aber gemäß seiner Verheißung auf neue Himmel und eine neue Erde warten, in welchen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, indem ihr solches erwartet, trachtet unbefleckt und ohne Fehl bei ihm erfunden zu werden im Frieden und achtet die Langmut des Herrn für Heil, wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm verliehenden Weisheit an euch geschrieben hat. Ebenso wie in eiseilen Briefen, da er von diesen Dingen redet, worin wohl einiges Schwerverständliche vorkommt, was die Ungelehrten und Unbefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Ihr nun, Geliebte, nehmt euch, da ihr es vorauswisset in Acht, dass ihr euch nicht durch den Irrtum der Zuchtlosen mit fortreißen lasst und euren festen Halt verlieret. Wachet dagegen in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Seien es die Herrlichkeit jetzt und am Tage der Ewigkeit. Schau, in welchem Leid die Menschen gefangen sind, alles nur wegen Lügen, die sie fälschlicherweise für die Wahrheit halten, wodurch sie von einem Leben mit Sinn getrennt sind. Was ist dir lieber? A. Mach es dir in der Haft bequem. Die Frucht der Bequemlichkeit wird in Deuteronomium Kapitel 28 Vers 15 bis 68 beschrieben. Unglück wird euch begleiten. Ihr werdet Kinder zeugen, aber sie werden euch nicht gehören, sondern als Gefangene weggeführt werden. Ihr werdet ständig um euer Leben zittern müssen und euch keinen Augenblick sicher fühlen. Denn alles, was ihr erlebt, wird euch immer neue Angst einjagen. Was ist dir lieber? B. Hilf mit, sei das eine Prozent, das losläuft. Möchtest du zu den Menschen ausgehen, damit ihnen der gerade Weg gezeigt wird? Die Frucht dieser Mühen wird in Matthäus Kapitel 11 Vers 5 beschrieben. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden wieder lebendig und den Armen wird die rettende Botschaft verkündet. Hilf mit, diese Welt zu verändern. Bestelle dieses Heft kostenlos und versandkostenfrei auf feebelzeit.de und reiche es an deine nächsten weiter. Kehre um und bleib auf dem geraden Weg. Klicke auf der Webseite feebelzeit.de einfach auf den Menüpunkt kostenlos bestellen und du wirst sofort zum Bestellformular weitergeleitet. Wenn du Lust hast, bestelle ein einzelnes Heft für dich oder mehrere Hefte zum Weiterreichen. Also dann, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, verlebe frohe Stunden im Kreis der Liebsten und Nächsten und denke immer daran, du bist wertvoll und wirst geliebt. Bedenke, was im 2. Timotheus Kapitel 4 Vers 3 steht. Denn es wird eine Zeit kommen, da wird man die gesunde Lehre unerträglich finden und sich nach eigenen Gelüsten Lehrer über Lehrer beschaffen. Von der Wahrheit dagegen wird man die Ohren abkehren und sich den Fabeln zuwenden. Es ist der Unglaube, der das Gute und Richtige verdreht, verzehrt und verspiegelt. Es ist der Glaube an den Weg, die Wahrheit und das Leben, der Einheit, Freiheit und Frieden ermöglicht. Bestelle das Fibelheft kostenlos und versandkostenfrei auf fibelzeit.de Fibelheft